hallo meine lieben freunde hier neu bei WUT so ja bevor wir groß reden gehen wir doch gleich ins Gefecht so heute der 30. März 2017 schon wieder der 30. so haben wir ein Gefecht gefunden Krista Nio Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alter. What the fuck? Es geht ja gar nicht. Alter. Es geht ja gar nicht, dass ich den Typen gar nicht durchkomme. Hat er da mit AP geschossen oder was? Krass. So, bei der T29. Okay. 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 Ich bin der Haare da. Ich bin der Haare da. ja hier kann man ein bisschen das reisen ja hier kann man ein bisschen das reisen warum nur, warum können die nicht fahren ja ist so mühsam wenn die mal arbeiten losziehen ja komm schieß ja 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 Oh, schon wieder eine Fallu-1, oh man Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, meine lieben Freunde, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Bye, bye. Tschüssi.